Im Dienst der Königin Schwester Nathalie Wenn wir uns oft mit unserer makellosen Mutter befassen und in ihrem Anliegen apostolisch wirken, so seien wir in keinem Augenblick besorgt, dass Jesus darauf zu kurz käme. Die Mutter Gottes existiert nicht in sich. Jesus sagte einmal zu mir, Meine makellose Mutter und ich, wir sind eins. Und ein andermal sagte der Herr, Wenn jemand mich liebt, strahlt meine Mutter vor Freude. Zu jeder unserer Handlung, Arbeit, Meditation, Rosenkranz, sollen wir auf Jesu Wunsch sagen, zur Freude der makellosen Mutter Maria. In der ewigen Herrlichkeit existiert die Mutter Gottes nicht für sich. Sie geht auch nicht auf in der Welt der allerheiligsten Dreifaltigkeit, sondern sie ist deshalb ein Glanzes teilhaftig, wie ihr Sohn Jesus Christus in seiner verherrlichten menschlichen Natur. Das macht sie dazu fähig, uns, ihren Kindern, die verborgenen Geheimnisse des Weltalls und der Ewigkeit zu entschleiern und über Tatsachen der Vergangenheit und Zukunft offen zu sprechen. Sie, die Mutter Jesu, ist unaussprechlich glücklich, wenn wir ihren im allerheiligsten Sakrament weiterlebenden Sohn anbeten und in kindlicher Anhänglichkeit lieben. Jesus hat keine Freude daran, wenn eine Seele die Andacht zur Mutter Gottes unbeachtet lässt. Er sagte einst zu mir, was du zu meiner makellosen Mutter sprichst, das sagst du zu mir, und was du von ihr verlangst, das erbittest du von mir. Das sind geheimnisvolle und verborgene Dinge. Nach dem Tod werden wir die Dinge der Welt und des Jenseits ganz anders sehen als jetzt hier. Im Leibe sind wir nicht fähig, Gottes Liebe vollkommen zu erleben. Denn über die Liebe, wie auch über die Majestät und Herrlichkeit Gottes, kann man mit menschlicher Zunge nicht sprechen. Jesus hat daher seinen Jüngern vieles nicht erklärt. Wenn Jesus sagt, das weiß nur der himmlische Vater, nicht einmal der Sohn, dann ist damit gemeint, dass die Sprache für die Auslegung dieser Wahrheit unzulänglich ist. Ob Maria ihren Sohn verdunkelt Schwester Nathalie Ich liebte die Mutter Gottes so sehr, dass ich für sie schwärmte. Als aber Jesus mir erschien, wurde ich ganz in seine Bahn gezogen, dass ich an keine andere Person, mehr denken konnte. Daher fragte ich Jesus, Nimm es deiner Mutter mir nicht übel, wenn ich dich liebe? Jesus lächelte. Wenn du meiner makellosen Mutter eine Freude bereiten willst, dann sage mir, ich liebe dich. Gut, mein Jesus. Und Schwester Nathalie fügte doch hinzu, fortan sage ich dir immer so, mein Jesus, ich liebe dich zu Freude deiner Mutter. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.